Ja, ich begrüße euch alle, egal ob ihr hier physisch in Fösendorf gegenwärtig seid oder online diesen Livestream verfolgt oder später das Video. Ich bin so froh und so dankbar auch, dass du dabei bist zu diesem Bibelstudium. Mittwochabend studieren wir Vers für Vers durch die Bibel. Derzeit sind wir im Buch Daniel und wir sind bei Lektion Nummer 7. Und wir sind die letzten Wochen ein bisschen hängen geblieben, vielleicht nicht hängen geblieben, aber halt haben wir uns sehr stark beschäftigt mit dem Kapitel 2. Und das werden wir heute hoffentlich abschließen, hoffentlich landen. Ich meine damit, wir werden es tun, wir müssen es tun, weil wir auch weitergehen müssen, dann in die Kapitel 3 bis 12. Aber Daniel 2 ist so eine wichtige Grundlage für nicht nur den Rest des Buches Daniel, sondern eigentlich auch für die ganze Bibel und Prophetie in der Bibel im Allgemeinen. Prophetie, haben wir gesagt, ist Gottes Weg, seine Souveränität im Leben der Menschen und auch in den Reichen, den Königreichen zu zeigen. Er ist souverän über alle Menschen und über alle Reichen. Prophetie bestätigt das, denn nur Gott kann die Zukunft wissen, nur er ist allgegenwärtig und allwissend. Und indem er im Voraus bekannt gibt, was passieren wird, bestätigt er, dass er der Souverän ist über Himmel und Erde. Prophetie ist Gottes Weg, vor allem den Seinen zu helfen, mehr Vertrauen in ihn zu haben. Erfüllte Prophetie stärkt unseren Glauben. Wie Jesus gesagt hat, ich werde sterben, aber ich werde am dritten Tage wieder auferstehen. Als das wirklich passiert ist, ist natürlich die Glaubwürdigkeit unbestritten, ist der Glaube groß. Prophetie ist auch Gottes Weg, seine Botschaft und seinen Botschafter zu bestätigen. Natürlich, der primäre Botschafter Gottes ist Jesus Christus selbst, aber es hat immer wieder Botschafter gegeben. Auch ich darf ein Botschafter Gottes sein und Gott bestätigt immer seine Botschaft durch sein Wort. Wenn wir sein Wort verkündigen, bestätigt er die Botschaft und wenn er die Botschaft bestätigt, dann bestätigt er auch natürlich den Botschafter. Prophetie ist wie ein Fotoalbum, haben wir gesagt, es zeigt uns die Wahrheit, es zeigt uns Bilder von der Wahrheit, aber es zeigt uns nicht alles. Das heißt, die Bibel ist hundertprozentig wahr, aber es gibt eben die geheimen Dinge, die dem Herrn alleine vorbehalten sind und es gibt die Dinge, die uns offenbar sind. Aber ein Fotoalbum zeigt uns hundertprozentig, was passiert ist und in dem Fall auch, was passieren wird in der Zukunft. Ganz wichtig ist die Hauptfigur im Daniel 2 und natürlich im ganzen Daniel Buch und in der ganzen Bibel und in der ganzen Weltgeschichte ist Gott selbst. Daniel sagt immer wieder Gott im Himmel. Wir wissen, das ist Jahwe und wir wissen, das ist Jesus Christus, der auch dann natürlich im Kapitel 7 von Daniel 13 als der Menschensohn dargestellt wird. Und das bezieht ja auch Jesus dann, als er hier auf der Erde ist, auf sich selbst. Er bezieht Daniel 7 auf sich selbst als der Sohn der Menschen, der Sohn des Menschen oder der Menschensohn, wie es ihm Lukas immer wieder vorkommt oder wie Lukas ihn hauptsächlich beschreibt, ist der Menschensohn. Und ich denke, da sind einige ein bisschen ungeduldig mit mir geworden, weil ich noch nicht so spezifisch geworden bin und unseren Blick, unseren Fokus immer wieder auf Gott richten will, immer wieder auf Jahwe richten will, immer wieder auf Jesus richten will. Und du kannst eines einmal gleich wissen, wenn etwas nicht wirklich hundertprozentig zu interpretieren ist und da gibt es einfach Dinge, die sind nicht hundertprozentig zu interpretieren, die sind sehr umstritten und da gibt es alle möglichen Auslegungen, wie wir auch heute sehen werden, werde ich mich nicht wirklich hundertprozentig festlegen, das ist das oder das ist jenes oder das ist Europa und das ist Russland und das ist Amerika und damit ist die katholische Kirche gemeint oder sonst irgendetwas. Ich werde das nicht tun. Ich werde immer versuchen, die Bibelauslegung wirklich authentisch zu machen und immer auf Jahwe, auf Gott, auf den Allmächtigen, auf Jesus Christus hindeuten. Denn er alleine ist die zentrale Figur des Alten sowie des Neuen Testaments. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist der Name über allen Namen, er ist das eine Reich oder er ist der, der das eine Reich bringen wird, das nie vergehen wird, das für immer Bestand haben wird und jedes andere Reich muss sich unterordnen bzw. wird fallen oder wird zerbröckeln oder wird sogar zermalmt werden. Der Fokus ist Gott im Himmel, nicht der Antichristus, nicht die Endzeit, nicht die Trübsalszeit, nicht die Trübsal. Auch im Offenbarung, im letzten Buch der Bibel ist die Hauptfigur, nicht der Antichristus. Es geht auch nicht primär um die Trübsal, sondern es geht um den Sieger, der hervorgehen wird. Es geht um den König der Könige, dem Herrn der Herren, dem Namen über allen Namen, Jesus Christus. Ich habe so den Verdacht, wir haben auch ein paar Feedbacks bekommen, dass ich mich da ein bisschen auch wiederholt habe, aber ich bereue es überhaupt nicht. Ich möchte, dass du nie vergisst, die Hauptfigur ist Gott im Himmel. Nicht Daniel, nicht Nebukadnezar, nicht das Standbild, nicht diese vier aufeinanderfolgenden Reiche, sondern Gott im Himmel ist der Fokus, ist der Punkt, auf den wir uns konzentrieren. Er ist die Hauptfigur. Und Daniel ist auch so viel mehr als nur Prophetie. Es ist bestätigte Geschichte, es ist Charakterentwicklung, es ist Lebensführung, es ist die Beziehung mit Gott, es ist Gebetsleben, es ist Liebeswandel, es ist Gottes Herz für die Welt. Sogar für einen heidnischen Herrscher hat er sein Herz gezeigt und Weltmission im Allgemeinen. Gott im Himmel hat alle Reiche in seiner Hand. Er hat einen Plan, er hat die Kontrolle und hatte die Kontrolle und wird sie immer haben, alle Zeit. Wir Gläubige, wir kennen das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass Jesus Christus siegen wird. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft aller Endzeitlehre, wenn du so möchtest, obwohl ich das Wort schon gar nicht so wirklich mag. Aber am Ende wird denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Alle Reiche werden vergehen. Das einzige Reich, das nie zerbröckeln wird, ist Gottes Reich. Und auch wenn du oder auch ich, wenn wir unser eigenes Reich bauen und nicht Gottes Reich bauen, wird unser Reich, werden unsere persönlichen Reiche zerbröckeln und untergehen. Also Daniel 2 hat eine aufeinanderfolgende oder hat vier aufeinanderfolgende Reiche, die da beschrieben werden in dieser Statue und dann kommt eben der Fels, dann kommt Jesus Christus, der sein ewiges Reich aufbauen wird. Und wir werden heute diese Reiche durchgehen. Wir werden sie beim Namen nennen. Wir werden heute ein paar Details besprechen. Aber noch einmal, Gott im Himmel ist die Hauptfigur. Es geht nicht um Babylon, nicht um Medien und Persien, nicht um Griechenland, nicht um Rom, nicht um die 10 Zehen, das geteilte Rom und dann bis heute herein Europa etc. oder Amerika oder die heutige Situation. Es geht darum, dass alle Reiche, sämtliche Reiche, egal wie sie heißen, vergehen werden und das Reich Gottes für immer bestehen wird. Und alle Götzenbilder der Menschen werden vergehen. Alle selbstgebauten Reiche der Menschen werden vergehen. Und das ist auch, was Gott dem Nebukadnezar sagen wollte. Und sagen möchte und jedem Herrscher der Welt, all das wird vergehen. Und es ist wichtig, dass wir uns im richtigen Reich auf der richtigen Seite befinden. Daher lasst uns umkehren davon, unsere eigenen Reiche bauen oder bauen zu wollen. Und lasst uns sein Reich bauen. So, jetzt kommen wir so weit, dass wir über diese Statue reden, die beschrieben wird im Kapitel 2, Vers 29 bis 45. Ich habe die Überschrift heute, der Traum und die Deutung. Es geht um die Statue, es geht um den Stein, der diese Statue trifft und es geht um diesen riesigen Berg, der daraus entsteht. Lass uns kurz beten und lass uns Gott bitten, dass er uns Weisheit gibt in dem, was wir jetzt an neuem Material anpacken werden. Vater im Himmel, du bist der Gott des Himmels und der Erde. Du hast Himmel und Erde gemacht und das ganze Universum. Und wir danken dir, dass wir verstehen dürfen, dass du der eine wahre, lebendige Gott bist. Dass du alleine ewig bist. Du bist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig und sonst niemand. Jahwe und Jesus Christus, sein Sohn, der Gott, der alles gemacht hat. Wir vertrauen dir und wir beugen uns vor dir. Und egal was kommt, das was wir wissen können und das was wir nicht wissen können, egal was kommt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten zusammenwirken wird. In Jesu Namen. Also im Daniel Kapitel 2, Vers 1 bis 13, nochmal kurz den Überblick über das Kapitel 2. Daniels Gefahr. Daniel war in Gefahr. Nebukadnezzar träumte. Niemand konnte ihm den Traum sagen oder deuten. Und diese Antworten der falschen, der Weisen, der Magier, der Zauberer und all dieser, die natürlich die Zukunft nicht wissen konnten, die Antwort hat ihm nicht gefallen. Und er hat gesagt, alle Weisen Babylons müssen getötet werden, inklusive Daniel und seinen Freunden. Dann ist Arioch ausgezogen. Das ist dieser Mann, der den Auftrag hatte, von Nebukadnezzar alle Weisen Babylons zu töten. Daniel hat sehr weise agiert, ihn gefragt, warum und wieso und hat sich Zeit erbeten. Dann ist er ins Gebet und Kapitel 2, Vers 14 bis 23 zeigt uns Daniels Gebet. Er betet Gott, er bittet ihm und Gott gibt ihm eine Vision, auch seine Freunde bitten und beten mit ihm. Und dann beginnt er Gott zu loben und zu preisen, der ihm die Antwort gegeben hat. Der eine Gott, der alleine alles weiß, hat ihm gezeigt, was Nebukadnezzar geträumt hat und was dieser Traum bedeutet. Also die Interpretation des Traumes. Also Daniels Gebet und Lobpreis, Kapitel 2, Vers 14 bis 23. Und dann Kapitel 2, Vers 24 bis 45, Daniels Prophetie und Deutung des Traumes und dann am Schluss Daniels Beförderung. Heute geht es um diese Statue und wir lesen jetzt mal los im Vers 24. Ab Vers 29 brauchen wir nur lesen. Da steht folgendes. Auf deinem Lager kamen dir, König, Gedanken über das, was künftig geschehen wird. So, jetzt darf Daniel vor Nebukadnezzar treten und er darf ihm das mitgeben oder sagen, was ihm all die Chaldeer, all die Weisen, all die Astrologen und Zauberer und Geisterbeschwörer von Babel nicht sagen konnten. Sie waren nicht in der Lage und wurden als Scharlatane entlarvt, weil nur Gott die Wahrheit kennt. In der heutigen Zeit haben wir auch solche Leute, die behaupten, die Zukunft zu wissen. Und jetzt darf er vor den König treten und somit auch das Leben der Weisen, sein eigenes Leben, das Leben seiner Freunde und der Weisen Babylons retten. Auf deinem Lager kamen dir, König, Gedanken über das, was künftig geschehen wird. Und der, der die Geheimnisse offenbart, hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur, damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Du, König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es ist ja unglaublich. Also Daniel hat nicht geträumt. Nebukadnezar hat geträumt. Und jetzt, aufgrund dessen, dass Gott dem Daniel zeigt in einer Vision, ein Traum passiert im Schlaf, eine Vision geschieht im wachen Zustand. Also in der Nacht hat er eine Vision gehabt, er war im wachen Zustand. Und Gott zeigt ihm, Nebukadnezar hat das geträumt. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt dir, was du geträumt hast. Das ist sensationell. Du, König, sahst auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende Erscheinung, denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und ihre Füße teil zum Eisen und zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brauch auf einmal ohne zu tun einer Menschenhand ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig, aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Wir haben hier sechs Dinge, über die wir sprechen möchten. Über das Haupt aus Gold, dann über die Brust und Arme aus Silber, den Bauch und Lenden aus Bronze, den Schenkeln aus Eisen, dann Füße und Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen, dann den Stein und dann eigentlich siebtens noch den riesengroßen Berg, der daraus entstehen wird. Wir sehen also hier diesen Traum und jetzt werden wir sehen, was er bedeutet. Im Vers 36, das war der Traum. Das ist sehr wichtig, im Vers 36, das war der Traum. Warum ist das so wichtig? Weil Nebukadnezar seinen Wahrsagern, die das nicht konnten, von ihnen verlangte, dass sie ihm zuerst sagen, was er geträumt hat. Und sie haben gesagt, hey, Nebu, Nebukadnezar, sag uns, was du geträumt hast und wir werden den Traum deuten. Und Nebukadnezar hat gesagt, nein, 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 ihr müsst mir den Traum sagen, ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe und dann deuten oder sagen, was er bedeutet. Und sie konnten nicht. Logisch. Wer kann schon jemandem sagen, was er geträumt hat? Das war der Traum. Und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Das war von Anfang an, was Nebukadnezar forderte. Den Traum und die Deutung. Und immer wieder haben sie versucht, sag uns den Traum, wir deuten ihn. Sag uns den Traum, wir deuten ihn. Na, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Ihr spielt ein böses Spiel mit mir. Ihr wollt nur Zeit gewinnen. Und Nebukadnezar bestand darauf, sagte, wenn ihr mir nicht den Traum und die Deutung sagt, den Traum und die Deutung, dann werdet ihr in Stücke gehauen und ich werde euch vernichten. Und der hat es genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Dieser Mann war der alleinige Herrscher. Er war das Gesetz. Er war autonom. Er war all, was Menschen betrifft, er war eher die Macht und Gewalt schlechthin. Vers 37. Du, König, bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft und Macht, Stärke und Ehre geschenkt. Und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das geringer als deins sein wird. Dann folgt ein drittes, das aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Das vierte Reich wird hart wie Eisen sein, Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles und wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, das Reich wird geteilt sein, aber es wird etwas von der Härte des Eisens in sich haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. Und dass die Zehen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, sie werden versuchen, sich durch Heiraten miteinander zu verbinden, aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben, so wie sich Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels, da haben wir es, der Gott des Himmels, ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden, im Gegenteil. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne Menschliches zu tun losbrach und Eisenbronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Das war der Traum und nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Und das hat Daniel hiermit getan. Lass uns das ein bisschen auseinander pflücken. Es ist nämlich ganz klar zu sehen, was das alles bedeutet. Zumindest einmal die ersten Komponenten oder Elemente der Statue. Zum einen, erstens der Kopf aus Gold. Wir blenden die Statue hiermit ein. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Vers 32. Und dann im Vers 37 bis 38. Du, König, bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat die Herrschaft und Macht und Stärke in Erre geschenkt. Und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle eingestellt. Du bist der Kopf aus Gold. Also diese aufeinanderfolgende Reihenfolge von Reichen und Königreichen beginnt mit dem Herrscher, mit dem Daniel soeben spricht. Und das ist Nebukadnezar, der König von Babylon. Er war unaufhaltbar, er war ein absoluter Herrscher und diese Weltherrschaft war von 605 vor Christus bis 539 vor Christus. Das Babylonische Reich war nicht das größte Reich, jetzt geografisch gesehen, aber von der absoluten Herrschaft und von ihrem Glanz und von ihrer Herrlichkeit ist es eben der Kopf aus Gold. Und wir werden sehen, die Metalle werden jetzt immer weniger herrlich. Ich meine, wir wissen das von den Olympischen Spielen zum Beispiel. Gold ist erster Platz, Silber ist zweiter Platz, dritter Platz ist Bronze, Eisen wird gar nicht vergeben. Also wir sehen, dass diese Statue mit diesen vier Metallen immer weniger herrlich wird, aber auch immer härter. Silber ist härter als Gold und Bronze ist noch härter und Eisen ist wirklich hart. Also wir sehen, dass Babylon herrlich und absolute Weltherrschaft hatte. Das ist der Kopf aus Gold. Babylon wurde dann 539 vor Christus von den Medern und Persern besiegt. Das sieht man beschrieben im Daniel Kapitel 5. Da wird der letzte Tag eines gewissen Belshazzar beschrieben. Das ist der Enkelsohn von Nebukadnezar, der am Thron saß, der Gott verhöhnte, den wahren Gott, indem er die Becher und das ganze Geschirr und Besteck aus dem Tempel bringen ließ und daraus getrunken haben, die haben daraus getrunken und noch ihre falschen Götter aus Gold, Silber, Bronze und Eisen, Holz und Stein damit verehrt. Also in Daniel 5 steht, unter dem Einfluss des Weins, Kapitel 5, Vers 2, befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herzubringen, die sein Vater, also eigentlich sein Großvater, also seine Mutter war die Tochter von Nebukadnezar, aus dem Tempel in Jerusalem hatte wegnehmen lassen. Er wollte mit seinen Mächtigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Dann brachte man ihm diese goldenen Gefäße, es gab eine riesige Party mit mehr als tausend Menschen und das war der letzte Tag im Leben dieses Königs namens Belshazzar. Dazu dann mehr, wenn wir ins fünfte Kapitel rüber gehen. Wie gesagt, das ist aber dann schon über 60 Jahre später, als diese Geschichte im Kapitel 2, wo Nebukadnezar die Statue sieht in seinem Traum oder in seinen Träumen. Also 539 haben die Meder und Perser an einem einzigen Tag das Babylonische Reich besiegt. Gegründet von Darius dem Meder und Kyrus dem Perser. Aber es steht hier geschrieben, dass dieses Reich der Meder und Perser geringer sein wird. Geringer sein wird. Lesen wir Vers 32. Da steht, der Kopf der Statue bestand aus gelegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber. Also wir sehen hier Brust und links und rechts Arme. Und da sieht man schon, dass es sich um ein Doppelreich handelt, nämlich die Medien und Persien, das Medo-Persische Reich. Darum auch die beiden Arme aus Silber. Und es steht auch geschrieben im Vers 39. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das geringer als deines Sein wird. Obwohl es größer war, obwohl es auch länger war, aber es war nicht mehr so absolut wie das Reich von Babylon. Okay. Das bedeutet also, dass die Perser und die Meder nicht mehr die einzige Großmacht waren des östlichen Mittelmeerraumes. Es war geringer, obwohl es größer war, obwohl es länger andauerte, aber es hatte nicht mehr diesen Glanz und auch nicht mehr diese Absolutheit, die Babylon hatte. Es gab einen König bei den Medern und Persern, aber er arbeitete durch sogenannte Satrappen oder Prinzen. Und die waren überall verteilt. Und der König von Persien konnte nicht einfach sein eigenes Gesetz übergehen. Das haben wir ja gesehen oder werden wir noch sehen. Im Daniel 6, wo Daniel in die Löwengrube geworfen wird, obwohl der König eigentlich das nicht wirklich wollte mit Daniel. Aber er musste zu dem Gesetz, was er ausgesprochen hat, zu dem er auch irgendwie auch hinterlistig von den anderen Satrappen das Gesetz gemacht hat, er musste dazu stehen und es einhalten. Er konnte auch die ganze Nacht nicht schlafen, hat auf Vergnügungen verzichtet die ganze Nacht. und ist früh am Morgen bald zur Löwengrube gegangen und hat gesagt, Daniel, hat dich dein Gott retten können? Und Daniel sagt, hier bin ich. Und es war so eine gewaltige Geschichte, die wir sehen werden. Brust und Arme aus Silber, das ist das Medo-Persische Reich. Das geht von 539 bis 331 vor Christus. Größer, länger, nicht mehr absolut, aber auch dieses Reich wurde dann besiegt. Und zwar von einem dritten Reich, nämlich der Bauch und die Lenden aus Bronze. Das sieht man an der Statue, die eingeblendet ist. So wunderbar. Bauch und Lenden aus Bronze. Und zwar steht das im Vers 32 auch. Der Kopf der Statue bestand aus geliegendem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, also Babylon, Medo-Persien. Bauch und Lenden aus Bronze. Wir sehen dann im Vers 39. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das geringer als dein Zelle wird, wie der Babylon und Medo-Persien. Und dann folgt ein drittes Reich, das aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Da spricht von Griechenland, das spricht von Alexander dem Großen, dem ersten König der Griechen, der sich untertan machte, der quasi über die Erde flog und alles einnahm in einer unglaublichen Geschwindigkeit, aber dann sehr jung im Alter von 32 oder 33 verstorben ist in Babylon. Und vielleicht war er auch depressiv, weil er nichts mehr zum Einnehmen hatte, weil er wirklich die Welt erobert hatte. Das ist das griechische Reich. Und vom griechischen Reich, das sich das um das handelt, wissen wir auch aus Kapitel 8. Kapitel 8 des Buches Daniel. Und zwar wissen wir von Kapitel 8, Vers 20 und 21, nicht nur, dass es sich beim Bronze um Griechenland handelt, sondern auch beim Silber um Medo-Persien steht hier Folgendes. Weil da geht es wirklich jetzt ins Detail im Kapitel 8 von Daniel. Da steht, der Schafbock mit den beiden Hörnern meint die Könige von Medien und Persien. Wir haben einen Schafbock mit zwei Hörnern, Medien und Persien. Und dann der zottige Ziegenbock, das griechische Königreich, das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbocks, ist der erste König des Griechenreichs. Später sind dann die vier Reiche daraus vorgegangen. Das waren die sogenannten Diadochenreiche, ehemalige Generäle und Freunde Alexanders, die nach seinem Tod das Reich aufteilten und sich in wechselnden Bündnisse gegenseitig bekämpften. Also das ist das griechische Reich, was dann auch im Detail und vieles, was jetzt im zweiten Kapitel von Daniel begonnen wird oder angesprochen wird, wird dann ab Kapitel 7 und folgende bis Kapitel 12, auch viel detaillierter noch angesprochen. Also, und dieses griechische Reich geht von 331 bis, da gibt es zwei Daten oder zwei Jahre, die da erwähnt werden, entweder 168 vor Christus oder vielleicht sogar eher 146 vor Christus. Aber wiederum eine Zeitspanne von fast 200 Jahren und Alexander vergrößerte das Reich und tat so mit einer gewaltigen Geschwindigkeit. So, wir haben jetzt das ganz klar unmissverständlich, da brauchen wir nicht raten, vermuten, da sind wir uns einig, wir haben das Babylonische Reich, das Goldene, das Weltherrschaft hatte, das herrlich und glänzend war und einfach einzigartig war. Und das ging von 605 zu 539. Darauf folgend haben wir das Reich der Meder und Perser, gegründet von Darius und Kyrus, 539 bis 331 vor Christus, also auch 200 Jahre. Babylon war wesentlich kürzer, also nicht einmal ganz 70 Jahre, also eigentlich 70 Jahre, wenn man es genau nimmt. Und dann haben wir das griechische Reich von 331 und ich nehme jetzt einmal 146 vor Christus. Und das ist höchst interessant, wenn man auch die intertestamentliche Periode, also zwischen den beiden Testamenten, altes Testament, was mit 400 vor Christus ja schließt, mit Malachi und dem Neuen Testament, was dann mit Johannes dem Täufer startet, diese ein bisschen mehr wie 400 Jahre, diese intertestamentliche Zeit, wo vieles dieser Dinge passieren, vor allem mit den Persern und Medern und dem Griechen und dann auch schon der Anfang des römischen Reiches, das ja herrschte, als Jesus dann auf die Welt kam. Und daher wissen wir auch, was die Schenkel aus Eisen bedeuten oder sind, nämlich Rom. Und wir sehen das auch im Kapitel 2, Vers 33. Die Schenkel aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Bleiben wir stehen bei den Schenkeln aus Eisen. Das ist das römische Reich. Und im Vers 40 steht, das vierte Reich wird hart wie Eisen sein. Eisen zerschlägt und zermalbt ja alles und wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Also bei Weitem nicht mehr so herrlich wie Babylon und die vorangegangenen Reiche, aber unheimlich stark, unheimlich hart und natürlich noch einmal größer. Lesen wir dazu, da könnte man jetzt viel sagen über das römische Reich. Das ist nämlich die Zeit, wo Jesus hineingeboren wurde. Aber nur damit du siehst, das trifft genau die Zeit, in die Jesus hineingeboren ist. Das römische Reich 146 vor Christus bis 476 nach Christus. Und das römische Reich wurde ja nicht wirklich besiegt in dem Sinne, sondern es hat sich entwickelt, es hat sich dann geteilt in westliches und östliches Reich. Aber es war bei Weitem, wie gesagt, nicht mehr so herrlich, aber unheimlich stark und mächtig. Und das sehen wir hier im Lukas 2, wo Jesus geboren wurde. Da steht Folgendes. Lukas 2, Vers 1. Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des römischen Reiches zu zählen und in Steuerlisten einzutragen. Alle Bewohner des römischen Reiches. Die Elberfelder Übersetzung sagt, den gesamten Erdkreis zu zählen. Die Zürcher Bibel sagt, alle Welt. Hier in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, das gesamte römische Reich. Also alle Bewohner des römischen Reiches in Listen einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah als Quirinius, Stadthalter der Provinz Syrien, war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Da ging es natürlich um Steuern, logischerweise. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa, der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. Also bei mir in der Fußnote steht, Augustus vom römischen Senat verliehener Ehrentitel, erhabener, gemeint ist hier Octavian, er lebte von 63 vor Christus bis 14 vor Christus. Also wir sehen hier, dass Jesus hineingeboren wurde in die römische Zeit. Die römische Zeit. Dann steht bei mir in der Fußnote zu Vers 2, der römische Feldherr und Konsol Publius Sulpicius Quirinius wurde 11 vor Christus Legat von Syrien und leite bis 16 vor Christus in verschiedenen amtlichen Stellungen den orientalischen Teil des Imperiums. Die Steuerschätzung begann 8 vor Christus in Ägypten und Syrien und erreichte 7 vor Christus das Gebiet Israels. Also wir sehen, Jesus wird hineingeboren in dieses römische Reich. So, wir kommen jetzt zu den Füßen und Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen. Wir haben jetzt die Statue gesehen von oben bis unten Gold, Silber, Bronze, Eisen. Das ist komplett klar, was das bedeutet. Nachvollziehbar. Gold ist Babylon, Silber ist Medien und Persien, Bronze ist Griechenland, Eisen ist das römische Reich. Und jetzt sehen wir in Vers 33 und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Und dann in Vers 41, dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, das Reich wird geteilt sein, aber es wird etwas von der Härte des Eisens in sich haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen und dass die Zehen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, sie werden versuchen, sich durch Heiraten miteinander zu verbinden, aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben, so wie sich Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. Es ist sehr umstritten, diese ganze Geschichte mit den Füßen und Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen. Niemand kann mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, was das genau bedeutet. Spricht es vom römischen Reich noch? Ich glaube ja, weil das römische Reich hat sich ja dann auch geteilt in östlich und westlich, aber ich glaube, dass es auch auf die Zeit hindeutet, in der wir jetzt leben und natürlich auch noch darüber hinaus, vor allem auch die Zehn Zehen. Ich denke, das sind zehn Könige oder Herrscher, die wahrscheinlich noch kommen werden und ich glaube nicht, dass es da unbedingt darum geht, dass diese zehn Herrscher oder zehn Könige zehn Nationen haben, sondern es sind eher zehn Könige, die die Welt beherrschen werden. So vielleicht so eine Art Vereinigte Staaten der Welt oder so ähnlich, die nebeneinander herrschen werden über die Welt. Was man auch sagen kann ist, das Eisen ist ja extrem stark und hart und Ton ist schwach. Was ist die Stärke einer Nation? Es ist das Gesetz und es ist auch die Härte des Gesetzes. Was ist die Schwäche? Der Mensch. Das heißt, wir haben das Gesetz und wir haben den Mensch, das Eisen und den Ton und wir werden über diese Sache und was es mit der Zeit zu tun hat, in der wir heute leben und darüber hinaus bis zur Wiederkunft Christi noch in den Kapiteln 7 bis 12 dann im Detail darüber sprechen. Kommen wir jetzt zum Stein und das ist wahrscheinlich der wichtigste Teil dieser heutigen Lektion. Im Vers 34 steht, während du sie noch anschautest, die Statue, brach auf einmal, ohne zu tun einer Menschenhand, ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden und zerschmetterte sie. Im Vers 44 bis 45 in der Zeit dieser Königreiche. Das ist, was ich gemeint habe mit diesen zehn Königen in der Zeit dieser Königreiche. Ich glaube, diese zehn Könige oder Weltherrscher kommen erst und das hat weniger mit ein, dass es nur zehn Länder geben wird oder zehn Nationen geben wird, sondern ich glaube, dass das geografisch, dass diese Herrscher einfach die Welt beherrschen werden, wie gesagt, wie die Vereinigten Staaten der Welt oder irgendwie so ähnlich und in der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten. Das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil, es wird all diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne Menschliches zu tun losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zu verlässig. Wer oder was ist dieser Stein? Jetzt sind wir wieder bei ganz was Einfachen in Wirklichkeit. Für mich ist alles bis auf die Füße und Zehen kristall klar. Vieles von den Füßen und Zehen, Eisen und Ton betrifft die Zeit jetzt und noch kommende also noch Zukunft also noch was vor uns liegt bis zur Wiederkunft Christi natürlich und jetzt reden wir den Stein das ist auch wieder glasklar wer ist der Stein der Stein in der Bibel ist der Messias ist der Christus schau was Jesus gesagt hat im Lukas 20 Vers 17 er aber blickte sie an sprach was bedeutet denn dieses Schriftwort der Stein den die Bauleute verworfen haben der ist zum Eckstein geworden also Jesus bezieht das auf sich und er zitiert hier Psalm 118 Verse 22 bis 24 der Stein den die Fachleute verwarfen der ist zum Eckstein geworden das hat Jahwe bewirkt ein Wunder vor unseren Augen dies ist der Tag den Jahwe gemacht hat freuen wir uns und seien wir fröhlich an ihm Jesus sagt er ist dieser Stein den die Bauleute verworfen haben er bezieht Psalm 118 auf sich persönlich als dieser Stein der von Gott aus uns gegeben ist der zum Eckstein geworden ist und der uns Erlösung gebracht hat Matthäus 21 Vers 42 und Markus 12 Vers 10 und 11 bringen diesen Vers noch einmal hervor Apostelgeschichte 4 wo Petrus predigt wird genau das bestätigt er sagt im Kapitel 4 Vers 10 bis 12 nun sollt nun sollt ihr wissen nun ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch es geschah im Namen von Jesus dem Messias aus Nazareth im Namen dessen den ihr gekreuzigt habt den Gott aber wieder aus den Toten aufstehen ließ in der Kraft seines Namens steht dieser Mann hier gesund vor euch ja das ist der Stein der von euch den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde der nun zum Eckstein geworden ist in keinem anderen ist Rettung zu finden denn unter dem ganzen Himmels Gewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden durch ihn müssen wir gerettet werden wiederum der Stein wiederum kein Zweifel wer das ist es ist Jesus im ersten Petrus Kapitel 2 spricht Petrus der hier in der Apostelgeschichte predigt lange bevor er den Brief geschrieben hat den ersten Petrus Brief Kapitel 2 aber hier im Kapitel 2 vom ersten Petrus sagt er dasselbe wieder kommt zu ihm dem lebendigen Stein die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit und lasst euch lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus einer heiligen Priesterschaft die geistliche Opfer bringt durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an darum steht auch in der Schrift seht her ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund wer ihm vertraut und auf ihn baut wird nie beschämt wer auf diesen Stein vertraut und auf ihn baut wird nie beschämt für euch die ihr glaubt ist dieser Stein eine kostbarkeit für die Ungläubigen aber gilt gerade der Stein der von den Fachleuten verworfen wurde ist zum Eckstein geworden er heißt ein Stein an dem die Menschen sich stoßen ein Felsblock an dem sie zu Fall kommen weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen stoßen sie sich an ihm doch dazu sind sie auch bestimmt aber ihr seid ein ausgewähltes oder ausgewähltes Geschlecht eine königliche Priesterschaft ein heiliges Volk das Gott selbst gehört er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen damit ihr verkündigt nicht sein Volk aber jetzt seid ihr Gottes Volk früher gab es für euch kein Erbarmen aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden ich gehe nochmal zurück zu Vers 7 gerade der Stein der von euch Fachleuten verworfen wurde ist zum Eckstein geworden und in Vers 6 wer ihm vertraut und auf ihn baut wird nie beschämt auf ihn bauen auf diesen Stein auf diesem Fels was hat Petrus gesagt zu Christus in Matthäus 16 du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen Christus ist dieser Stein er ist der Stein der von den Bauleuten verworfen wurde aber er ist der Stein der für uns eine Kostbarkeit ist und wer auf ihn vertraut der auf ihn baut wird nie beschämt es gibt keinen Zweifel wer dieser Stein ist der alle Reiche der Welt zermalmen wird im ersten Korinther 10 denn was sollte das sollte euch klar sein liebe Geschwister unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer und alle wurden in der Wolke und auf dem Meer auf Mose getauft sie alle aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen der mit ihnen ging und dieser Fels dieser Stein dieser Fels war Christus Zachariah 3 Vers 9 seht den Stein den ich vor Jeshua hingelegt habe Jeshua war der Priester damals sieben Augen auf einem einzigen Stein ich selbst werde die Gravur in ihn schneiden spricht Jahwe der allmächtige Gott und die Schuld dieses Landes entfernen an einem einzigen Tag wer ist der Einzige der Schuld entfernen kann an einem einzigen Tag es ist Jahwe es ist der Stein Jesaja 28 Vers 16 darum spricht der Herr Jahwe seht her ich habe auf dem Zionsberg ein festes Fundament gelegt ein erprobter Block ein kostbarer Eckstein ein felsenfester Grund wer ihm vertraut hält ebenso stand man kann nicht auf einen toten Stein vertrauen dieser Stein ist ein lebendiger Stein und dieser Stein ist Christus im Lukas 20 Vers 18 jeder der auf diesen Stein fällt wird zerschellen auf wen er aber fällt den wird er zermalmen genauso zermalmen wie das Standbild aus Gold Silber Bronze und Eisen was heißt das jeder der auf diesen Stein fällt wird zerschellen wer sich auf Jesus wirft wird gebrochen aber leben das ist wunderbar wenn wir uns voll auf Jesus einlassen wenn wir voll auf den Stein fallen wenn wir uns voll auf den Stein werfen dann werden wir gebrochen aber an all den richtigen Stellen wir werden gebrochen aber leben das ist genau was wir brauchen wir müssen brechen damit er uns zum Leben auferwecken kann wer nicht gebrochen ist der wird auch nicht wirklich auf diesen Stein fallen oder sich verlassen oder auf ihn bauen und wer sich selbst wer in sich selbst in sich selbst man ist entweder in Christus oder in sich selbst in Christus wirft man sich auf ihn man wird gebrochen aber man lebt es ist wunderbar von ihm gebrochen zu werden wer in sich selbst stehen bleibt sein eigenes Reich baut wird eines Tages von diesem Stein zermalmt werden so wie jedes menschliche und jüdische Reich jeder der auf diesen Stein fällt wird zerschellen auf wen er aber fällt den wird er zermalmen wir haben jetzt die Zeit nicht dazu aber im Psalm 2 steht genau dasselbe oder gehen wir kurz zu Psalm 2 ich lese da nur einen Vers vor ob er eingeblendet wird oder nicht weiß ich nicht aber ist egal Psalm 2 da steht im Vers 9 du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfer Geschirr das spricht von dem Messias das spricht von diesem Stein der alles zermalmen wird was sich gegen ihn erhebt und wir sind eben Bild Gottes wir sind im Bild Gottes geschaffen und daher dürfen wir keine anderen Bilder anbeten keine Götzen Bilder keine Statuen anbeten und das ist interessanterweise genau was Nebukadnezar im nächsten Kapitel tut Kapitel 3 als er sich eine goldene Statue errichten eine ganz goldene nicht das goldene Haupt Silber Bronze und Eisen sondern er lässt eine ganze goldene Statue errichten und befiehlt den Menschen sie anzubeten und die die ihn nicht anbeten werden in den Feuerofen geworfen das kommt dann nächstes Mal das ist gewaltig wer auf diesen Stein fällt wird zerschellen aber das ist wunderbar auf Jesus zu fallen aber wer das nicht tut wer im stolz bleibt wer in sich bleibt auf den wird er fallen und den wird er zermalmen also ganz einfach wer der Stein ist oder da könnte ich jetzt wirklich zwei Stunden lang aus der Bibel Verse vorlesen mach ein Bibelstudium drüber über den Stein und dieser Stein kommt daher geflogen ohne zu tun ohne Zutun einer Menschenhand kommt dieser Stein daher geflogen und trifft diese Statue und zerstört sie sie zerbröckelt sie wird zermalmt und sie wird wie der Staub gewaltig gewaltig jedes Reich wird zermalmt jedes menschliche Königreich wird zermalmt und wird zu Ende kommen und dann steht es wird zu einem riesigen Berg Vers 34 während du sie noch anschaut es braucht auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los er traf die Füße der Statue die aus Eisenton bestanden und zerschmetterte sie und die ganze Statue Vers 35 da wurden Eisen und Ton Bronze Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt auf einmal waren sie wie die Spreu auf den Dreschplatz im Sommer der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig aber der Stein der die Statue zerschlagen hatte wuchs zu einem riesigen Berg der die ganze Erde ausfüllte fassen wir zusammen wir haben das Standbild wir haben die Statue Gold Silber Bronze und Eisen eine aufeinander folgende Reihe von irdischen Reichen Königreichen dann haben wir die Füße aus Eisen und Ton die Härte des Gesetzes und die Schwäche der Menschheit wir sehen dass das sich bezieht auf die Zeit bis auf die Zeit in der wir leben und noch darüber hinaus bis zur Wiederkunft Christi dazu noch mehr ab Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 10 11 und 12 aber es bezieht sich bis auf das Ende der Zeit wo Gott sein ewiges Reich für immer in einem neuen Himmel und einer neuen Erde bauen wird und etablieren wird aber jetzt wird dieser Stein zu einem riesigen Berg im Hebräer 12 steht Vers 18 Nun habt ihr Gott nicht zu erfahren wie die Israeliten damals am Berg Sinai sie kamen zu einem Berg den man berühren konnte auf dem ein Feuer loderte und der in dunkle Wolken gehüllt war es herrschte Finsternis und es tobte ein Sturm es dröhnte wie eine riesige Posaune und dann erschallte eine so gewaltige Stimme dass sie dringend darum baten kein weiteres Wort mehr hören zu müssen sie wichen zurück als Gott Berg berührt soll es gesteinigt werden das ganze Geschehen war so furchterregend dass selbst Mose sagte ich zittere vor Angst das beschreibt den alten Bund dort wo wo am Sinai Mose die zehn Gebote erhalten hatte wo sie dann das goldene Kalb angebetet haben wo Mose wütend wurde auf das Volk und dieser Berg Sinai beschreibt das Gesetz und den alten Bund und das haben wir besprochen als wir durch den Hebräerbrief durchgingen im Hebräer Kapitel 12 aber dann im Vers 22 ihr dagegen ihr ihr Gläubigen ihr die ihr zu Christus gehört seid zum Berg Zion Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen zu dem Jerusalem im Himmel wo sich unzählbare Enkel Schaden zu einem Fest versammelt haben ihr seid zur Gemeinde der erstgewordenen Kinder Gottes gekommen deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind ihr seid zu Gott selbst gekommen dem Richter von allen und zu den Gerechten die schon am Ziel sind denn ihr Geist ist bei Gott ihr seid zu Jesus gekommen dem Vermittler eines neuen Bundes und zu dem Reinigungsblut das viel besser redet als das Blut Abels hier wird der neue Bund beschrieben der Berg Zion das neue himmlische Jerusalem das Reich Gottes die Gemeinde die Kinder Gottes dieser Berg ist das Reich Gottes und dieses Reich Gottes bauen wir und was uns diese ganze Statue mit dem Stein und dem riesigen Berg zeigen soll ist ganz einfach dieser Berg ist das größte das es jemals gab das Reich Gottes und das Himmel Reich selbst jetzt wo ich mit euch rede die Gemeinde Gottes das Reich Gottes hier auf Erden ist die größte Einheit der Welt wenn man alle Christen zusammenzählt und ich will jetzt nicht herumreiten wer ein Jesus Nachfolger und wer Christ ist das weiß nur Gott im wahrsten Sinne des Wortes ich bin immer so amused wenn ich erheitert besser gesagt wenn ich Leute diskutieren höre wie wer aller bekehrt ist und wer aller Teil des Reiches Gottes ist und wer alle und wie viel Prozent der Katholiken und wie viel Hallo jeder der an Jesus glaubt hat ewiges Leben so sehr hat Gott die Welt geliebt dass ein einzigen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sein ewiges Leben hat Römer 10 Vers 9 und 10 wenn du mit dem Mund bekennst Jesus Herr mit dem Herzen und seine Auferstehung glaubst bist du gerettet aber ich gehe davon aus wirklich davon aus dass die Gläubigen in Christus ist größer wie China größer wie Indien größer als alles andere auf dieser Welt und abgesehen davon sind wir noch nicht fertig dieser Berg und das haben wir als Verheißung ist das Größte was es jemals gab das Reich Gottes das Himmelreich und alles wird vergehen alle Reiche alle Herrscher werden vergehen der Stein Jesus beim ersten Mal ist als Baby gekommen um uns zu retten beim zweiten Mal kommt er wieder um sein ewiges Reich hier aufzubauen und das ist worum es geht egal wer wo jetzt an der Macht ist alles wird zerbröckeln und das Reich Gottes wird bestehen und ich werde mich nicht darauf einlassen mein Freund und ich habe all diese Dinge gelesen und all diese Dinge auch mir angehört und vieles was ich gar nicht hören wollte von was das alles bedeutet und wer da was ist und welche Nation das ist wie gesagt von Russland bis nach Amerika bis zu China bis zu Hitler und alles und wer alles nicht der Antichristus ist und so weiter und was der Papst nicht alles ist und die katholische Kirche ich kenne das alles vielleicht wie einige von euch aber lass uns was die Endzeit betrifft auf Jesus schauen die Offenbarung Jesu Christi ist das entscheidende dieser Berg der Stein und der Berg ist das entscheidende alles andere wird haben wir haben wir Babylon heute hier in der Welt natürlich haben wir eine Art Babylon heute in der Welt wir haben diese Reiche auch heute in irgendeiner Form noch da und so sehe ich die ganze Statue von 605 vor Christus bis die Zeit die noch vor uns liegt bis Jesus wiederkommt und er sein ewiges Reich hier etablieren wird und dieser Berg der Berg Zion das Reich Gottes wird das Größte sein was es jemals gab in Jesu Namen danke für Ihre Aufmerksamkeit lass uns beten himmlischer Vater wir danken dir für dein heiliges Wort wir danken dir für Daniel 2 und ich bitte dich dass du uns wirklich hilfst die wesentliche Message darin zu erkennen wir müssen nicht jedes Detail der 10 Zehen und dem Ton und dem Eisen in den Füßen was wir nicht wirklich alles hundertprozentig deuten können verstehen aber was wir verstehen müssen ist dass du Jesus der Stein bist dass jedes menschliche Reich von dir zermalmt wird dass du ein ewiges Reich bauen wirst und dass dein Reich das Größte sein wird was es jemals gab Jesus unsere Reiche alle Reiche menschliche Reiche werden alle vergehen und wir wollen dein Reich bauen und darauf uns konzentrieren was du uns aufgetragen hast trachtet zuerst nach dem Reich Gottes du hast gesagt dein Reich komme dein Wille geschehe so sollen wir beten es geht um dein Reich dem Messias er ist einmal gekommen er kommt wieder und das ewige Reich wird für immer bestehen das Reich Gottes das Reich Jahwes das Reich unseres Herrn Jesus Christus und wir sind deine Braut wir sind dein Leib wir sind der Berg Zion und wir sind so froh darüber dass wir dein Wort verkündigen dürfen und Menschen aufrufen dürfen zu diesem Berg zu kommen in Jesu Namen Amen ich liebe euch